Mein Name ist Sascha Rahm und es gibt gerade aktuell eine Studie von LinkedIn und dort bei LinkedIn wurde geguckt, wo sind im Rahmen der Corona-Pandemie die Zukunftsbranchen. Das Arbeitsleben hat sich verändert. Menschen, die gestern noch dachten sicheren Jobs zu haben, sind heute in Kurzarbeit oder haben gar keinen Job mehr und die haben mal geguckt, was sind zukunftssichere Jobs, wo wird aktiv gesucht und unter den Top 10 ist mein Beruf, nämlich der des Finanz- und Vermögensberaters und insofern, wenn auch du einen sicheren Job, einen zukunftssicheren Job, einen nachhaltigen Job suchst, dann ruf mich an, dann schreib mich an und lass uns darüber sprechen. Wenn du Lust auf kaufmännische Zusammenhänge hast und das Herz am rechten Fleck, bist du genau bei uns richtig.